guten morgen guten morgen das das und das direkt ins spiel reingehen und weiter zocken und guten morgen hallo ich in einem youtube boom simulator gibt es bei mir auch auf dem youtube channel wie man da hinkommt twitch kanal beschreibung video beschreibung da ist youtube verlinkt und alle anderen social media kanäle so waren wir stehen geblieben ach so wir müssen den taubenstall aufwerten da war ja was dazu brauchen wir aluminium was wir gekauft haben gleich haben wir gekauft wir brauchen wieder geld dann geht das erst mal los geld so wie immer ein Smiley. So, und in der Zwischenzeit können wir nämlich auch zu unserer Base daddeln. Wo lauft man denn lang? Da, wo Leute sind am besten. Ja, ich brauche Hilfe. 17 Cent bloß! 50 Cent. 28 Cent bloß. Was ist denn hier los? Geht doch mal zur Bank und gebt mir... Oh, 1,46. Oh, die... Wollte schon sagen, geht mal zur Bank und hebt Geld ab. 14 Cent bloß. Was? Ach, jetzt haben wir was übrig. Du Troller. 12 Cent. Holy shit. Ist aber nicht grad viel. Du hast Geld. Ich seh's dir an. Wo ist dies doch? 65 Cent? Was zu essen kaufen soll ich mir von 24 Cent? Ja, egal. 2,60 Cent. Ich gehe jedes Mal rein. Äh, wo müsste ich hin? Da lang. Ich wäre 7 Dollar. Also, ich beschwere mich nicht. Oh, shit. Ich hatte das Schild nicht mehr ausgewählt. Das nächste Mal, vergiss es. 1,26, oh. Du hast dich an wie ein Kerl. 1,5, was denn hier los? Wie spendabel sind die denn? Ich bin echt schon wieder rich hier. Ey, 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 ey. Wenn du mir kein Geld gibst, machen wir es halt so. Äh, hier rüber muss ich. Das war aber nicht meine Base. Meine Base ist da drüben. Äh, hier geht's runter. Ey, was ist hier denn los? Okay. Alles kaputt. Alles kaputt. Hm. Sag mal, wie weit muss ich? Da ist es doch. Äh. Äh. Aha. So. Häuschen steht noch. Ja. Ja. Gut, den müssen wir aufwerten. Also brauche ich Aluminium. Das heißt, wir brauchen... Ähm. Äh. Kupferschmelze. Schmelze. Schmelze Schrott und erzeugt Kupferbahnen. Cyclingmaschine, nein. Hier, Aluminiumschmelzofen. Schrott, Holz, Nägel. Scheiße, das habe ich jetzt ausgewählt. Ah, das ist nicht meine Base, okay. Also, die ist meine alte. Schrott, Holz und Nägel. Äh, Holz. R. Da die Tür ist. So. Und jetzt? Nein, raus aus dem Baumenü. So. Da muss ich bestimmt Schrott reinlegen. Das ist was Falsche. Ah, ich muss Holz hinzufügen. Ah, ich muss Holz hinzufügen. Und jetzt? Ah, also eins zu eins. Okay. Reicht's noch für die Pennerdusche? Kupferrohre. Ey, guck mal, Karl. Ich habe was produziert. Äh, hier. Wie viel brauche ich dafür? Sechs Stück. Okay, ich glaube, wir müssen das alles noch mal ein bisschen umbauen hier. Ich hätte alles reinbauen wollen ins Haus. Scheiße. Hahaha. Oh, Mann, Mann, Mann. Heißt, ich muss wieder Keramik kaufen. Also, ich glaube nicht, dass ich das wieder kriege. Drei Stück haben wir schon. Stopp! Ähm. Fehlt eine Pappe. Tatsächlich. Äh, gleich. Ich hole's gleich raus. So. Uuuuund... So. Gut. Achso, ich muss erstmal raus von hier. Oh doch, ich krieg ein bisschen was wieder. Nice! Das ist schon mal nice, wenn ich hier ein bisschen was wieder kriege. Das ist doch nice. Eins noch. Ey. Äh, da. Da müssen wir das alles noch ein bisschen erweitern. Krieg ich mal hin. Ähm, es fehlen. Aluminiumblech. Okay. Ähm, hier. Wie viel habe ich jetzt? Boah, leck mich doch. Kann man das nicht automatisieren? Irgendwie so. Halbwegs. Äh. Euch nochmal sechs Stück. Dann würde ich die Tür weg machen. Würde ich hier so weiter bauen. Nach hier hinten. Dann könnte ich alles reinballern. Und hier bleibt dann halt der Vogelstall. Das Zeug, das wird schön umbauen. Joaah. Kriegt man irgendwie hinne. Irgendwie kriegt man das schon hinne. Und wenn nicht, ist der Karl dran schuld. Wenn nicht, ist der Karl dran schuld. Ähm. Pappe, Pappe, Pappe. Ähm. Pappe, Pappe, Pappe. Brauche ich noch. Ich muss da tatsächlich hier so ein bisschen weiter. Dann nach dort. Ja. Ähm. 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 Pappe brauche ich noch. Scheiße. Kann ich noch sammeln gehen. Pappe braucht man hier irgendwie mehr als alles andere kriege ich mit. Aber man kriegt Pappe weniger als alles andere. Und das Holz habe ich mir genommen in Kisten. Genau. Wiegen Kisten. Wiegen Kisten. Und mir fehlen Nägel. Na gut. Ähm. Ähm. So. Ähm. 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 So. Ähm. 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 Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das da brauchen wir noch auf jeden Fall. Hier hinten Holz. Hier machen wir sowas rein. Dann können dort auch die Nägel dazu. So. So. Oh Gott. Das kann da mit rein. Ich würde das gerne noch vernichten irgendwie. Warum geht das nicht? Jetzt. Okay. Ja. Ja komm hier. Kann man die irgendwie. Geht sehr gut. Das geht. Das geht. Das geht. Ähm. So. 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 Tornado. So. Tornado. So. Tornado. So. 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 Tornado. So. So. Tornado. 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 den hier wieder abreißen scheiße den lassen wir noch stehen sicher 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 ja ich kann das für dich cool Ich muss was söhlen. Oh, du bist ein Bulle, da kann ich jetzt nicht durchwühlen, oder? Doch. Oh, da hat man doch mal wieder nach langer Zeit was zu trinken. Da treibst du dich schon wieder rum, sollst du bei mir bleiben. Das ist gut, die Paletten lassen wir mal heile. Was zu essen wäre noch von Vorteil. Stopp! Welche wird angegriffen? Wenn ich in die Richtung gucke... Hä? Ach, da oben ist mir egal. Karl? Oh, das ist schon wieder dein Problem. Hier haben wir noch ein bisschen Pappe. Ja, ich kann das für dich halten. Cool stuff! Äh, shit, was habe ich gesagt? Was brauche ich, was zu futtern? Pappe und eventuell muss ich noch mal zum Clown Keramik kaufen. Der Clown ist da hinten, in die Richtung. Gibt es neue Rezepte? Gibt es neue Rezepte? Ne, bei dir gibt es nur was zu saufen. Gibt es diese Rezepte? Pappe? Pappe, weh! Ne, bei dir das Rezepte ist so cool. Die Rezepte, wir bekommen uns nicht mehr. Da kommt nichts mit raus, da brauche ich alles nicht. Na los, ab zum klauen, ich brauche noch eine Keramik hier. So. 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 Holy shit, ging die ab. Das war doch erstmal ein Stück Karré. Holy shit, ging die ab. Geht es hier oben irgendwo hin? Nö. Einmal pflücken. 20. Eins für zwei. Zehn für zwanzig. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Nö. Junge, ich pisse dich an. Das heißt nix hier. Immer diese Menschen, die sagen, die haben nix, dann haben sie ja doch was. Ach, jetzt haben wir was. 4,53 Dollar. Willst du mich verarschen? Nein, du gibst mir Geld. Alter, was ist das für ein Arsch gewesen? 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 Nicht heute, sorry. Hier. Ah, aha. Oh, scheiße. Und tschüss. Ich hab meine 20 Dollar. Ich bin happy. Ähm. Wo muss ich hin? Da lang. Ich hab die 20 Mücken. Sehr nice. Dann wär jetzt noch ein bisschen Pappe von Vorteil. Ah, Holz nehm ich aber auch. Oh, Essen auch. Das nicht. Davon haben wir erst mal genug. Muss ich in die Richtung? Nee, ich muss in die Richtung. Äh, äh, äh. Da hinten glaube ich nicht, dass es irgendwas gibt. Äh, die kommt mit. Die kommt mit. Und die auch. Äh, ähm, 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 ähm. Die Pappe da ist auch wieder gespawnt. Nice. Hä, warum ist der überfahren worden? Was ist so falsch mit dem? Manche Menschen muss man nicht verstehen. Ja, wir brauchen das. Wir müssen ganz viel bauen. Wir müssen ganz viel bauen. Äh, Mann. Ähm, äh. Na dann! Nein, ich entertain mich nicht. Komischer Dulli. So, Carlerino, komm mit! Wir müssen anbauen. Und zwar... Ich will den Taubenstall jetzt nicht abreißen. Scheiße, ich hab mir echt ein bisschen total verbaut. Ich hätte das vielleicht alles... Ähm. Man kriegt doch immer was wieder, oder? Die Teile sind sowieso komplett für den Arsch. Die brauche ich überhaupt nicht. Äh... Wenn wir das so hier machen... Hallo? Ich würde das gerne irgendwie abreißen wollen. Ach so. Nein! So! Ähm... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Und das sind... Drei... Da bleiben wir lieber mal bei... Vier... Äh... Wenn wir das so machen... Dann machen wir hier auf jeden Fall nochmal hin. Das Teil soll ja dann wegkommen. Und dann müssen dort dann nochmal zwei hin. Ich muss hier raus یہ enthalten haben nicht. Scheisse! Geht mir anders! Nein! Das war falsch. Nein! Nein, das war falsch! warum 24 können wir erst mal so lassen das ding muss auf jeden fall erst mal repariert werden vorher geht da gar nix ich verstehe das gerade nicht was ist falsch mit dem teil hier gerade geht nicht anders es geht leider nicht anders hier öffnen da ist ein fenster da ist ein fenster es fehlt halt einfach wieder pappe mann 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 oh das hier wird überfallen lol ok da können wir uns gleich drum wenn die auf tauchen das können wir den dullis nicht nö das sehe ich nicht ein warum habe ich so viele nägel dabei holy shit 50 sekunden noch da kommt ich sehe gelbe wand da drin die macht mich kör im kopf die macht mich so kör im kopf hier gerade warte mal da ist nicht mal da ist nicht mal einer ok 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 da wo spawned ja da wo spawned ja go auf der wixer ist der dumm oh ist der dumm oh ist der dumm oh ist der dumm das war's schon lol das war's schon wow ich weiß gar nicht ob man aus dem recycler mehr pappe rauskriegt wenn man die kartons mit nimmt ja vielleicht mal überlegen wer hat das zu testen ok auch karl ganz ehrlich du stehst du zu weit weg ey hier komm hin da mit dir oh ja oh 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 nice Äh, einmal das da, einmal das da und Essen, ja, hab ich hier draußen irgendwo. Wann mal hier. Passt. Hä? Ich dachte, ich hätte was da reingeschmissen. Okay, äh, die Pappel kommt da auf jeden Fall raus. Und das kommt alles raus. Das kriegt alles gesonderte Kisten. Na, denn anscheinend passt das alles nicht mehr. Holz ist dort. Ja, das ist hier. Hah, ha, 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 ha. Ja, das ist dort. So, so, so. Das ist gar nicht so einfach hier. So, jetzt muss man noch auf das warten. Ja, ich brauche das. Du willst, dass ich überlebe? Du willst, dass ich dir helfe? Dann hinterfrag mir immer alles. Gut, der Rest kommt erstmal hier draußen rein. Geht ja nicht anders. Das, 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 das. Das, das hier rein. Sag mal, die Nägel auch erstmal. Ähm, was brauche ich für den Stall? Was brauche ich für den Stall? Äh, Schuriken, das haben wir alles. Jetzt muss ich überlegen. Ich will die Tür hier so rein machen. Dann haben wir ein. Ähm, und wir brauchen wieder Pappe. Und das nicht grad wenig. Wir werden aber auf jeden Fall die Kartons nehmen und die mal recyceln. Vielleicht kriegt man da wirklich mehr raus. Muss man mal testen, ne? Es ist nämlich scheiße, wenn ich nicht so viel rauskriegen würde. Und warum ist da und da oben überall ein Brett? Ja. Guck mal da per Jump'n'Run etwa drauf. Ne, scheint mir nicht so. Ne, kommt mal nicht. Hier, du, ach, bist du ein Getränke-Shop? Warum ist das aber hier so schwer an Pappe zu kommen? Das ist doch nicht mehr normal. Hier gab es keinen Blueprint. Okay. Hier, den hatten wir schon. Was ist denn das hier drüben? Das ist aber nicht der Hafen. Das kenn ich überhaupt noch nicht. Habe ich wieder ein Vögelchen? Ja. Batchert! Ja, guck mal! Bounce! Alles klar, ich habe alles verstanden. Ich habe alles verstanden. Was ist denn das hier? Rattenfreundin. Yay. Da ist ein Fehler. Da ist ein fucking Fehler. Tina, zu dir komme ich dann gleich, wenn du Tina heißt. Mir fehlen auch noch zwei Blueprints, tatsächlich. Nein. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich wollte einfach nur da hin. Oh, Mann, ey. Ja, können wir unterwegs. Pappe-Loot, ne? Wenn wir was finden. Bleibe ja stehen, wenn ich über die Straße gehe. Und, na, äh, gerade nicht etwas? Nö. Schade, ich dachte, das wäre irgendwas für mich. Fusskind-Kosmetik. Nö. 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 Was, Alexa? Bo-Bo. Ah, ich brauche Pappe... Karl? Loll, den kannst du auch aufnehmen. Okay, dann haben wir doch das Glück, dass wir mal versuchen, die zu recyceln. Auch wenn ich nicht wirklich sehe, wo ich die hinschmeiße. Sind die jetzt drinnen? Nee. Die gehen kaputt. Ernsthaft? Boah, ist das eine Scheiße. Aber hier gibt es ganz viel. Ganz viel Pappe für den Eick. So, zeig mal, kann ich bei dir was Neues kaufen? Boah, der war lebensmütig. Der wollte mich umfahren. Oh, wo ist ein Karl schon wieder? Die am Strand ist mir egal. Die am Strand ist mir egal. Ach, da ist ein Gürkchen. Da gab es ein Gürkchen. Wo ist euer Kollege? Gibt's keinen, okay. Ach nee, mit der kann ich ja jetzt nicht interagieren. Wegen dem Überfall. Ich will da rüber. Bist du jetzt ernsthaft hier hoch? Oh Mann. Ich hoffe nur, dass es da drüben ordentlichen Loot gibt, ey. Dass ich da jetzt umsonst rüber renne. Da gibt's auf jeden Fall nochmal Kisten. Karl? Karl? Oh, du willst mich doch verarschen. Komm hierher, du Dämmenscheinkusswagen. Mann, 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 ey. Dieser Einkusswagen, ne? Oh Mann, hier ist so eine Alpha-Wand. Oder etwa nicht. Doch, hier ist ein Alpha-Wand. Höh. Ähm. Okay, da soll man anscheinend nicht rüberkommen. Dann nicht. Deswegen bin ich aber soffener. Äh. Karl? Karl, da ist er. Oh, nice. Ich glaube, die müssen explodieren. Jetzt hängen da drei Tauben von mir drinne. Holy shit. Der hat gerade gekotzt. Der hat gerade gekotzt. Warte mal. Einmal. Warte mal. Eimer. Eimer brauchen wir doch. Die nächsten Baurezepte. Habe ich der Ratte jetzt gerade über eine Nüschel gezogen? Wann? Boah, die sieht so hässlich aus. Aber irgendwo wieder geil. Hier, Metall. Die Dose ist weg. Die Dose ist geblieben. Gut, bevor wir uns aber um Tina kümmern, ich mache eine kurze 5 Minuten Pause oder zumindest eine Raucherpause und bin gleich wieder da.